hallo liebe leute da sind wir wieder bei alien isolation und ja geht endlich mal wieder weiter mit alien da freut sich unser jan und es geht weiter wir gehen wir in den keller und mal gucken ob ich diesmal schaffe optionale ziele zwei karten sammeln system daten löschen treppenhaus abregeln wieder jetzt schon ein häkchen rein machen alles klar ich fange direkt mal an der keller mit der amanda natürlich da ich ja beim letzten mal nicht geschafft habe muss ich ja jetzt haben wirtschaften aber war schrauben wie es klappt vielleicht habe ich ja nur an das immer zweite mit 30 minuten ich will raus hier ja nicht viel zeit trägt sammeln da haben wir ja wie ist das voll dunkel hier ist das war ich auch so ich glaube ich komme ich doch da war noch was genau da nehme ich das auch noch mit ganz wichtig hier ist nichts mehr aber hier war irgendwo noch was versteckt hier so das war es dann glaube ich ich müsste eigentlich alles haben da war noch was hier und zigaretten brauchen wir nicht und jetzt geht's los leute vielleicht bleiben wo ist er wo ist er da ist er Drehst du erst, wenn ich die falsche Taste drücke? Alles leer, wir gehen das nochmal mit dem, oh, weg, raus, raus, äh, nee, das wollte ich nicht, ja, paradig ist das genau. Der war gar nicht wieder vor meiner Nase. Der war gar nicht wieder. Der war gar nicht wieder. Der war gar nicht wieder. Gott, das habe ich Glück. Wo kommt denn der von mir her? Einmal kräftiger in den Schwanz treten, ey. Scheiße! Was ist das? Leuchtfackel, Geräuschmacher wäre natürlich echt cool. Kann ich noch einen bauen? Nein, leider nicht. Geh auf. Oh, da war er. Uh. Oh, 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 oh. Oh. Da will ich hin, Mensch. Du siehst mich nicht. Ja, Treppenhaus auf Regeln verfehlt. Na toll. Okay, das sind Sachen, die ich als erstes machen muss. Kuhl-Karten sammeln. Ich glaube, ich verkack das elendig. Ich weiß sogar nicht, wo der jetzt ist. Okay, da ist er. Oh. Ach, nee, so was. Ja, mach schon. Gut. Unter voll, geh weg. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht wahr sein, ja. Komm ich schon wieder raus. Ach da. Oder? Taschenlampen. Ich brauche mal, nee, Taschenlampen. Hast du mir gedacht, ne? Oh, hier kann ich gar nicht lang. Okay. Geh weg. Ach, Quattro gibt es da. Das ist echt toll. Das ist ganz komisch. Woher ist das? Wir kommen raus! Wie gehts? Was kommt? Schlauern! Ich bin tot. Ich könnte ja... Okay. Ich habe nichts geschafft, aber ich habe es geschafft, aber trotzdem nichts gemacht. Das heißt, ich könnte eigentlich normalerweise neu machen, weil ich habe keine 2 Crew-Karten gesammelt, keine Tamed-Daten gelöscht, Treppenhaus abriegeln. 5.000 Punkte habe ich erhalten, wow, okay, ja, 11 Newton habe ich jetzt gebraucht, das heißt, Tasten bewegen, äh, hallo, ich habe keine Tasten, da ist sowas, genau, Eingabe weiter, alles klar, ich mache noch einen Versuch, einfach mal zu gucken, ob ich das diesmal schneller schaffe und diesmal mache ich das, äh, 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 er ist jetzt, äh, versuche ich mal ganz schneller ins Treppenhaus zu kommen, um das abzuriegeln. Kurz zu sagen, dritten Weg, hier kann ich mich ja noch vereilen oder schnell rennen. War da noch was? Ne. Okay. Da war nichts mehr drin. Okay, hier ist noch was. Da ist noch was. Legt doch irgendwo noch. Da. Hier lag, glaube ich, nichts mehr drin, das ist, äh, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber, egal, Moment, ne, hier war nichts mehr, da war es, genau an der Eck hier. So, einmal losdeckt, direkt. Oh, halt, stopp, der ist ja ... Oh, hier, ich habe keine Kahlen ... Die ist nicht ... Was ist das? Du verdammt! Scheiße! Du hast meine Taste gedrückt! Ich dachte, der kommt auf die andere Seite! Mensch! Ja, mach doch mal! Ja! Danke! Ja, los! So, die zwei noch und dann können wir direkt das hier... Ah, dann kann es ausmachen. Wo ist er? Ach, da ist er! Bleibt es da stehen oder was? Ah, da ist er! Das ist halt mal nutzen, ne? Oh! 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 Wenn man wüsste, wo der jetzt ist. Ich werde hinter mir. Ah, ich wollte direkt zu der Dingens durch. Oh, Mann, Jungen. Dann scheit ich. Was? Ich habe mich noch nicht gesehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich scheue mal nicht. Go, 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 go. Hallo? Oh, Mann. 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 Ich hab ne Reaktion Oh, ich muss da hin Ach, Mann Oh, ich muss da hin Hallo? Hallo? Boah, Alter, hab ne Reaktion Komm, krieg ich da ein Das muss ich glaub ich dann gar nicht machen Jawoll Ach, du heilige Los, geh, mach Komm mal Ach, komm mal Oh 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 Einmal zum Fahrstuhl kommen Ich weiß nicht, worauf er ist Aber gerade ihm ein reiner Zufall Ich hab keine Flammenwerfer-Muni mehr Oh Hä? Nein, so kurz vor Ende, ich weiß es nicht Scheiße Ich hab da weiter vorne durchgegangen Ich hab das vorher falsch gehört, ey Scheiße Kommt doch, wenn man das Headset Die Kopfhörer nicht richtig auf hat, ey Scheiße Äh Okay Hab ich grad so schön alles geschafft gehabt Wegstuhl Alter Oh, nein, ah fuck you Entschuldigung Tch Tch Ah Ah Nimm So, ich will eigentlich nicht lange bleiben Ich seh dein... Deine Schädeldecke Oh Oh, what? Tch Pür Tch 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 Nein! Er hat mich gehört! Oh nein! ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 So, sehr, sehr gut. So, sehr gut. Weil ich ein bisschen leise bin, ihr wisst Bescheid, ne? Warum wird er da hingehen? Hier ist doch nix. Oh, super, das ist der Fahrstuhl, toll. So, sehr gut. 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 No way, geh weg. Geht er nicht weg? Kann doch nicht wahr sein. Also okay, mit den den Crewkarten schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch noch noch nicht eine. Ich bin ja auch total falsch. Ich bin ja auch total falsch. Ich bin ja auch total falsch. Ach, Mann, ey. Du Dreckstück. Dann musst du das Mikro mal wieder ein bisschen leiser machen. Ich war wirklich ein bisschen zu lau. So, jetzt geht's aber wieder. Ich war da ein wenig zu laut. Okay. Einmal haben wir es ja geschafft gehabt. Da war aber ohne Crewkarten und sowas. Und dann haben wir es einmal geschafft. Mit Crewkarten und alles Mögliche. Aber der hat uns vorher hier fressen. So, Moment. Wir müssen rein. Keine Ahnung. Wir müssen hin. Wir müssen hierherfangen. Steine Ahnung. Im Wasser. Ich weiß, du musst magst. Ich bin ja auch. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Aber es ist nicht. Don't see me. Don't see me. Oha! Hopp! Der Wasser! Das ist so geil. Scheiße. Komm schon. Amy. Ja, sabber ruhig da runter. Ich höre das genau. Ich höre das ja nicht genau. Tschüss! So, das Schlimme ist jetzt nur, ich glaube ich die eine True-Karte da unten liegen, die wir hätten brauchen können. Der ist schon da drin, die dumme Sau. Was? 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 Ah, der ist noch schneller! Uh oh! Geh! go 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 was hat denn kleiner bug nichts zu sehen weg weg so warte mal warte mal da muss ich lang da war oh no ich bin vollidiot ok das war doof ist an so einem korb hängen geblieben das scheißteil ok los geht's los los lauf 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 ok wenigstens 13.671 punkte zwei crewkarten habe ich jetzt nicht gesammelt aber das ist jetzt nicht so viel auf jeden fall habe ich es immer bis dahin geschafft und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder dann mache ich auch wieder das mikrofon wieder ein bisschen leise aber das war war ich selber also bis dahin euer Bobra ciao ciao oh